Ja, doch, so war das damals. Das waren schöne Zeiten. Da waren wir damals in Belgrad. Da waren wir jeden Abend, als wir es dann entdeckt gehabt haben, ungefähr an den letzten drei Tagen, haben wir dann das Kadalia entdeckt. Weil da war es wirklich schön. Ja, dann haben sie immer vom, ach ja, ich habe dann immer gedacht, dieser komische Wein, da gibt es doch diesen Amselfelder. Ja, ja, ach ja, schöne Zeiten waren das. Ja, ganz schön, ja, schön, eine tolle Stimmung. Also wir waren eine Gruppe, wir waren ein Japaner. Darf ich jetzt den Namen? Also ich sage jetzt, ich sage den einen Namen. Der hat selbst ein serbokroatisches Wörterbuch oder selbst erstellt. Ja, weil da gab es nichts, gar nichts anscheinend. Und der hat dann alles immer aufgeschrieben und nachgefragt und hat alles aufgeschrieben. Und dann haben wir einen dabei gehabt, der war damals, war sein Sohn, hat er dann erzählt, frisch getrennt von seinem, also er war der Vater und der Sohn war von ihm getrennt. Der ist in den Westen rüber, ja, rüber gemacht. Ja, und dann haben wir damals nur gewusst, dass das kurz drauf, das Ganze dann auflässt und dass dann das alles, verstehen Sie, das war unglaublich. Haben wir wirklich alles nicht geahnt damals, wirklich nicht. Ja, das kam alles sehr plötzlich, gell. Ich denke halt, wissen Sie, es ist immer mehr so etwas Monetäres, denke ich einmal. Meistens. Wissen Sie? Ja, nein, ich kann gerne noch weiter erzählen, aber jetzt nicht.